Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Montana Mo und willkommen zu einer neuen Folge Groteskes aus Germani. Zurückliegende Folgen auf meinem Kanal haben es schon angedeutet und ihr habt das wahrscheinlich auch schon vernommen. Vereinzelt aus der Presse, dass hin und wieder das ein oder andere durchdringt. Neue Flüchtlingswelle, ein Besuch an der deutsch-polnischen Grenze. Polen hat bereits den Notstand ausgerufen. Natürlich findet man solche Meldungen, wenn überhaupt, nur in lokalen Blättern. Ein Teil des Mainstreams hat sich schon etwas gebessert in der Berichterstattung. Wahrscheinlich sind die Leser oder Zuschauer weggeblieben, sodass hier wenigstens ein kleines Umdenken stattgefunden hat. Wir gehen zum Artikel, vergesst nicht zu kommentieren, zu abonnieren, zu liken, ganz wichtig teilen. Und schaut auch in die Infobox für Fachliteratur zum Thema. An der deutsch-polnischen Grenze in Vorpommern haben Schleuser gerade Hochkonjunktur. Täglich greift die Bundespolizei Gruppen von Flüchtlingen auf. Seit Tagen mehren sich die Meldungen über illegale Flüchtlinge in den Grenzregionen vor Pommerns. Schleuser haben die Route über Belarus und Polen nach Deutschland ins Visier genommen. Gegen einen hohen Preis versprechen sie Menschen aus Afghanistan oder dem Irak eine bessere Zukunft in Europa. Gut, das ist nichts Neues. Nordkorea Reporter, in diesem Falle Thomas Beigang, hat die Bundespolizei vor Ort besucht. Aus dem Pressetermin wurde schnell ein Einsatz zwischen Lügnitz und Pommelen. Die Verabredung muss ausfallen. Oberkommissar Ronny Hinz-Peter Rau und sein Kollege Milos Kalinowski, ein Streifenwagenbesatzung aus der gemeinsamen deutsch-polnischen Dienststände in Pommelen, haben gerade alle Hände voll zu tun. An der Bundesstraße 104 zwischen Lügnitz und der Grenze zur Republik Polen müssen sich die beiden Grenzschützer gemeinsam mit einigen Kollegen gerade um knapp zwei Dutzend Kinder, der Frauen und Männer kümmern, die ein paar Stunden früher irgendwo hier über die Grenze gekommen sind und dabei auch zig sichere Nachbarstaaten durchquert haben. Polen hat bereits Notstand ausgerufen. Davon bekommt man hier in der Mainstream-Presse nichts mit. Im Zuge der Bundestagswahl wurde dieses Thema oder diese Themen natürlich komplett von den meisten Parteien ausgeklammert, um es mal vorsichtig und gelinde gesagt auszudrücken. Dabei waren die beiden eigentlich mit dem Nordkurier verabredet und wollten über die Zusammenarbeit an der Grenze reden und darüber, was sich hier seit dem Sommer so entwickelt hat. Denn in den vergangenen Wochen verzeichnet die Bundespolizei-Inspektion Pasewalk verstärkt unerlaubte Einreisen nach Deutschland. Warum das so ist, darüber mag der Inspektionsseite Jönköle gar nicht spekulieren. Die große internationale Lage spielt die entscheidende Rolle. Weißrussland hindert Flüchtlinge offensichtlich nicht mehr. An der Weiterreise nach Westeuropa und an der gemeinsamen Grenze im Osten hat die Republik Polen sogar schon den Notstand ausgerufen. So, man versucht das Ganze jetzt. Man kann über ihn denken, wen man will. Er ist ein Demagoge, er ist ein Diktator, Lukaschenko. Ja, und Belarus lebt in einer Diktatur, wenn wir es so ausdrücken. Aber wer hat den Freifahrtschein erteilt? Wer hat die Leute dazu aufgerufen? Von wo aus spricht es sich bis in die hintersten Niederungen aller Dörfer der Welt rum, dass man hier ohne irgendeine Berechtigung zu haben, ohne eine Qualifikation zu haben, die Grenze ohne Probleme in Deutschland überschreiten kann zur wirtschaftlichen Vollversorgung. Das Problem liegt bei Deutschland, das Problem liegt bei der Bundeskanzlerin Merkel und den Parteien im Parlament. Das wurde 2015 und gelinde gesagt auch schon leichter vorgemacht. Es ist nicht Sache von Weißrussland. Tausende Migranten hängen dort fest. Gerade hat Amnesty International die verzweifelte Lage der Flüchtlinge dort scharf kritisiert. Ein Kommentar dazu lehnt der Polizeidirektor in Paseweg ab. Unsere Aufgabe ist es, sagt er, illegal Einreise zu stellen, zu registrieren und die Schleuserkriminalität zu bekämpfen. Vollkommen richtig. Beamte aus beiden Ländern im Einsatz. Köhler kann dabei ein entscheidendes Fund in die Waagschale werfen. Am Grenzübergang in Pommelen ist eine gemeinsame deutsch-polnische Dienststelle beheimatet, mit je 30 Kollegen beider Nationen besetzt. Viel weniger Bürokratie. Die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben ist auch auf dem Territorium des jeweils anderen möglich. Und ganz kurze Wege bei der Information sind deren große Vorzüge, ist der Polizeidirektor überzeugt. So, bevor wir hier jetzt weiter im Text gehen, hier geht es noch um verwaltungsrechtliche Kompetenzen, die hier im Artikel nochmal erklärt werden. Wir gucken jetzt hier nach der Migrationssituation und werden hier fündig. Viel Geld für die Hoffnung auf ein besseres Leben. Internationale Schleuserbanden machen mit der Verzweiflung der Migranten den großen Reibach. Wer aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan nach Westeuropa flüchten will, muss zuerst Geld auftreiben. Viel Geld zwischen 6.000 und 10.000 Dollar kostet die Schleusung. So, hier schaffen es auch wieder mal die Ärmsten nicht. Denn die können sich eine solche Reise nicht leisten. Das Geld werde auf ein sogenanntes Anderkonto eingezahlt und im Erfolgsfall, wenn der Migrant das Zielland erreicht hat, ausgezahlt. Die Ankunft zu registrieren ist dank moderner Handy-Technik kein Problem. Die Entwicklung der vergangenen Woche hat die Landtagsfraktion der AfD im Fernschwerin schnell auf den Plan gerufen. Von Kontrollverlust ist die Rede. In einer Mitteilung ihres Mitglieds Horst Förster und die Bundespolizei an der Grenze müssen durch die Landespolizei und sogar den Einsatz von Drohnen unterstützt werden. Außerdem, so Förster, solle doch eine eigene MV-Grenzpolizei gegründet werden. Schließlich besitze solches auch Bayern längst. Diese Politikerforderung will an der Grenze niemand kommentieren. Igor Weber sagt, wir sind gut aufgestellt. Aufgriff. Zunächst sind es nur einige verdächtige Männer, die auf dem Radweg marschieren. Nichts anderes war zu erwarten. Wir kennen die Bilder. Als die von den Bundespolizisten angehalten werden, gesellen sich andere aus dem Wald hinzu. Am Ende werden 21 Kinder, Frauen und Männer gezählt. Nach der Meldung in der Leitstelle verstärken deutsche und polnische Beamten die Besatzung, die zuerst vor Ort war. Die Migranten, wahrscheinlich alles Menschen aus dem Rag, sind alles andere als bedrückt. Einer der neu hinzugekommenen Bundespolizisten begrüßt die frierende Gruppe mit Salam Aleikum. Eine polnische Kollegin fragt laut in die Runde, are you happy now? Viele nicken. Jetzt warten alle auf die Fahrzeuge und dann geht's nach Pasewald. Zuerst ein Corona-Test, dann müssen sich die Flüchtlinge erkennungsdienstlich behandeln lassen. Gegen jeden aus der Gruppe wird eine Anzeige wegen der illegalen Einreise gestellt und im Falle eines Asylantrags werden die Kinder, Frauen und Männer vorerst in der zentralen Aufnahmestelle in Nosdorf bei Ludwigsburg aufgenommen. Oft genug erhalten die Bundespolizisten bei der Feststellung neuer illegaler Migrantenunterstützung durch die einheimische Bevölkerung eine herausragende Rolle spiele, die sogar, sagt Inspektionsleiter Jürgen Köhler, Oberkommissar Ronny Hinz-Peter Rau und sein Kollege Miloš Kalinowski sichern jetzt den Platz, an dem die Gruppe frisch geschnappter Migranten ausharren muss. Es wird aber auch hier weiter nichts passieren. Illegale Grenzübertritte gelten ja faktisch nicht mehr als Straftatbestand. Verfolgt wird das nicht mehr. So, nur um hier einen kleinen Eindruck zu erhalten. Wichtig, teilt dieses Video. Vielen Dank an alle, die bis zum Schluss dran geblieben sind. Hier muss man nicht mehr viel dazu sagen. Das sind weitere Vorboten. Es werden erneute Wellen kommen. Die Wellen haben eigentlich nie abgebrochen. Auch jährlich 250.000, die Größe einer Großstadt, reisen hier ein. Und das nur die reinen Asylantragsstelle. Ohne die ganzen zusätzlichen UNO-Flüchtlingsprogramme, Resettlement, Replacement-Programme, die fließen hier alle in die Statistik nicht ein. Vielen Dank an alle, die zum Schluss dran geblieben sind. Macht's gut, euer Montana Mo.